Moin! Schön, dass du bei mir reinschaust. Passend zum kalten Wetter, was wir gerade haben, 12.02.2021, habe ich mir gedacht, da können wir ja hier mal so ein bisschen üben virtuell. Das Spiel heißt Arctico, ist im Early Access und derzeit bei Steam für 3,99 Euro erhältlich. Kostet sonst das Dreifache, weiß ich nicht genau. So, dann will ich mal gucken, was man dafür kriegt. Der Preis sagt nicht immer etwas aus über den Inhalt, wie wir das ja auch bei den Menschen wissen. Das Äußere lässt sich aufs Innere schließen. Vor zwei Videos habe ich ein Spiel gehabt für 99 Cent. Das war richtig gut. Gut ist immer eine Frage des eigenen Geschmacks und der eigenen Erfahrung und der Werte, die man hat. Aber von daher kann man das nicht so wirklich pauschal sagen. Andere sagen, das sind so gut. Oh, das ist ein Mist. Das ist genauso, wenn einer sagt, der Film war klasse. Gucke ich mir den an, dachte ich, oh, was ist denn das für ein Mist. Jeder hat einen anderen Geschmack, andere Vorlieben und so weiter. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier denn die New Expedition, wieso steht da Continue? Ich habe das ist doch okay. Bruno, Zeus, Linda und Max. Ja, das ist doch okay. Bruno und Zeus sind vorne. Max und Linda? Oh, Don. Blacken, Color. 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 Ihr hört doch mal Mistfarben. Dann lassen wir das jetzt. Ist doch auch Schiele gehört. So, Don. Who are you? Camillo. Camillo. Das wäre Camilla und das ist Camillo. Um, um, Benamsen. Skinton. Ein bisschen brauner ist er, ne? Ist ja schließlich die Sonne, die Kneiter und reflektiert, ne? Herculoa. Äh. Ah. Oh. So. Na, da bin ich aber gespannt, was das war. Ob wir hier jetzt ne Arktik Expedition? Dia Camillo. Ja, very sorry about your mentors, Passaging, Dr. Garcia, blah, 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 blah. Ach so, das gehört zum Spiel. Und Sub-Zero Conditions. Also unter 0 Grad. Produktion Pflanzen und Crops. Crops sind Samen, ne? Oder, ne? Und Sub-Zero Conditions. Also unter 0 Grad. Produktion Pflanzen und Crops. Crops sind Samen, ne? Oder, ne? Keine Ahnung. Äh, working in this close invention. We were able to recover some of your Blueprints but we are sure when you remain on the island. You must find the other Blueprints. Search for them all around Arctic code. Recover Dr. Garcia's work. Ne, nix einfacher als das. I take my Hundeschlitten and then goes it loose. Yes, please. Tips are very important. Bling, 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 bling. Ich hab Musik ausgestellt. Ist das nicht geil? Aber es ist Early Access, ne? Wie gesagt, da kann sich alles mögliche noch ändern. Nicht funktionieren. Fehler da sein und so weiter, ne? Wie man so sagt. Obwohl ich das inzwischen selten habe bei Early Access spielen, dass die wirklich harsche Fehler haben, ne? Das habe ich einmal gehabt. Camillus D0. Escape. Äh, hallo? So. Ach so, das war der Wort. Press Q to open your inventory. Ich fange die mit Q an hier. Start by building Solarrefle... Flectua. The favel... ...flectua? ... ... ... ... Mm-hmm. Da wollte ich doch gar nicht rein. So, den sollen wir jetzt bauen, und nu, da muss ich wohl raus, ne? Oder nicht? Zeig der mir dann irgendwann an, ob der gut ist oder nicht gut ist? Dann mach ich noch mal Pencil, ne? Muss der nicht draußen stehen? Dann verstehe ich nicht. Jetzt hab ich ihn draußen platziert. Oder wie? Geht nicht. Geht nicht. Ich misse ihn drin. Das ist ja auch komisch. Na gut. Go to the marketplace. Blöd da draußen wohl, ne? Keine Ahnung, was ich jetzt mache. So, uh, we're going to continue the old summer. Okay. Vielen Dank. Rüber gehen oder was? Was passiert hier? Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich ihn auch gesammelt. Oh ne, auch nicht. Wie sammle ich ihn denn jetzt auf? Key Binds. Interact E. Inventory up, down. Run und jump. Also muss ich hier mit E. Resume. Drei. Und eins. Also muss ich hier mit einer direkstattung. Inventory. Und brake. Binds. Inventory. Inventory. Und regarder. Inventory. Aha, jetzt habe ich ein bisschen Erz gefunden. Wo ist denn hier noch markiert? Da. Das war es, Herr Maas, go back, hat er gesagt. Was soll ich da machen? Gibt es auch ein Journal? Weg. So, was ist mit ihm jetzt hier? Keine Ahnung. So, ja, und nun? Das habe ich jetzt nicht auf dem Ei, was er jetzt will von mir. Change Color. Cook. Keep reducing to expand your base, increment your search capabilities. You now know the basics? Na, das wüsste ich aber. Ich weiß gar nicht, was ich da mache. Jetzt mache ich jetzt so ein Solar-Ding ins Gegend oder was? Ich komme ich denn da hin? Wozu habe ich denn das hier alles? 8, was auch immer 8 heißt. Change Color, das ist auch wichtig. Sleep, das ist speichern sie, ne? So, kann ich die jetzt aufnehmen. Keine Ahnung. Also, da müssen wir ein bisschen was tun, die Jungs hier. Ne, das geht ja so noch gar nicht. Bei Hardware. Ich kann mich nicht wieder los. Goh, oder? Vielen Dank. Oh, was? Welche Hardware denn? Einfach nur Hardware? Die stehen draußen, ne? Die stehen draußen, ne? Das ist das GPS-Tool. Aha. Schlitten und Kajak, Kuh, Fishing. Mm-hmm. Mm-hmm. Blue-Color Drill Spots. Equip your handshell drill. Once the sample is collected, you must build a lab, Kuh, to bring up your building. Lab, place it and interact with it. Lop. 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 Also muss ich jetzt erstmal Sabine nach draußen bringen oder was? Kuh, wo ist denn hier Inkubator, Beet, Sabine abpflannt, muss ich jetzt erstmal raus, wo packen wir denn mal die Pflanzen hinten hier, ne, so, Kuh, Sabine, Kuh, 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 nicht genug Ressources, so, soll ich jetzt eh drücken, nicht genug Wasser, hab ich nicht, ja, wo ist denn das Wasser, hallo? Aha, ja. So, mal gucken, ob wir jetzt genug haben, ne? So, haben wir alles alright. Hier rum gehen, was hier so los ist, was ist das hier, kein Mensch weiß es. Muss ich erstmal fischen gehen, ne? So wie der UZ und Sonnenkollektoren soll ich noch bauen. Kuh. Not enough resources. Muss ich hier jetzt Ressourcen basteln oder was? Und nochmal, in. So, mal geht's. Wann ich... Wann ich… ... ... ... ... Ah, jetzt haben wir keine mehr, jetzt muss man mal gucken, Kuh. Schlittengeräte, na guck. Alles leer. Ja, und hier finde ich jetzt irgendwas, hier mit Phishing. Hm. Ach, das geht, guck an du. Das ist also nur, oder stellst du irgendwas her? Wo steht die denn jetzt, die Sonne? Wir gehen mal ein bisschen weiter, sieht man nicht mehr. So, sammeln. Aha, er richtet sich aus, yes. Haben wir noch mehr bauen? Gut. So, dann wollen wir mal gucken, was hier bei den Docks ist, ne? Ah, der hakt also noch ganz schön. Oh, no. 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 Ich will jetzt fischen gehen. Fische, 2488 m. Und da will ich jetzt hin. Map Map kriege ich jetzt nicht. Q kriege ich auch nicht. Keine kriege ich hier. Müssen wir wieder absteigen. Da müssen wir hin. Geht nur mit diesem anderen Ding. Da bin ich jetzt. Da habe ich markiert. Wenn wir hier rüber wollen, müssen wir da lang. Da ist ein Übergang. Gehen wir erstmal hin. Wo sehe ich jetzt, wo ich hin muss. Hallo? So. Ich will nochmal absteigen. Muss ich das Ding nochmal angucken. Aha. Da hinten muss ich hin jetzt. Oder was? Zeichne mir das jetzt an. Wir können uns das mal angucken. Das sieht doch auch interessant aus. Oh oh. Das sieht aber alles nach Wasser aus. Lecko mir oder? Ja. Da kommen wir irgendwo rüber hier. Da kommen wir nicht weiter. Da auch nicht. Gucken wir da irgendwo rüber. Mmh. Ja. Kommer. Kommer. Was ist das hier? 81 Meter. Ich dachte, die wären hier vielleicht. Nothing to drill. Jetzt entferne ich mich wieder. Hier ist was zu drill. Hier ist keine Energie mehr. Muss ich die jetzt aufladen? Wie? Hm. Das können Sie auch mal beschriften hier. Nein, dann versuche ich es noch. Vielleicht hat er sich ja wieder aufgeladen. Da müssen wir mal die Dockies irgendwo sein. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Vielen Dank. Ich kann ja sonst nicht gucken, wo ist meine Station. Da ist sie. Total woanders, ne? So, da muss ich einmal quasi umkehren. So, da muss ich einmal quasi umkehren. Da hakt also noch ganz schön, ne? Das muss man ja sagen. So, da muss ich erstmal rauskriegen, wie ich jetzt mein Gerät fülle mit Energy. Habe ich das jetzt abgeschippt oder was habe ich jetzt gemacht? Könnte sein, ne? Das werden wir gleich rauskriegen. Wenn ich nämlich hier bohre. Tatsächlich, da habe ich jetzt Energie abgeschippt. Okay, so kann ich das. Da hat er so starke Aussetzer. Na gut, das ist Early Access. Da darf man nicht meckern. Das ist noch nicht fertig, das Spiel. und es ist auch sehr günstig derzeit. Letzten noch. Da schon wieder alle. Alle. Ach andersrum. Gleich hier. Da ist doch der Eingang. So, jetzt kann ich aber wieder hier Nachschub drucken. Ich habe doch eben so viel eingesammelt. Kleinen. Aha. Na denn. Operation complete. Aha. Da haben wir keinen Blutprint für. Aha. Na dann kann man ja gar nicht genug Vanille haben. Na. Na ja. Da haben wir schon hier. Das ist schön. Very nice. Ja. Ja. Das ist schön. Ja. zeigt auch nicht an wie viel man da eingesammelt hat ne das ist ein bisschen blöd finde ich so können wir sie da jetzt sehen dass sie da sieht man sie Das ist ein Fernglas, so, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, da waren wir, da sind doch kuppeln, ohne Ende, da muss man hin, ne, klare Sache, okay, ich wollte mir angucken, was das für ein Spiel ist und wie es funktioniert, also da muss noch ein bisschen was hinzukommen, finde ich, ne, aber das ist ja auch wieder Geschmackssache, ne, also, ich danke fürs Zuschauen, wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir, natürlich noch mehr über ein Abo und auch, wenn du beim nächsten Video wieder reinschaust, bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim selber spielen, bleib gesund, tschüss.